Wir sehen hier die Yamaha XJ603KN, an der ich ungefähr 20 mal den Vergaser ausgebaut habe, wenn es reicht, weil die Karre scheiße ansprengt, schlecht lief und ungefähr 20 Liter Sprit auf 100 Kilometer verbrauchte, weil ich August wahrscheinlich die Standgasdüsen zu groß aufgebohrt habe, aber nachdem ich jetzt hier neue Leerlaufdüsen verbaut habe, achtet man mal auf die Feinheiten. Betätigung des Anlassers. Ich vermute mal, dass die Diva in ihrem ganzen Leben noch nie so gut lief wie jetzt. So, nachdem ich jetzt die Leerlaufdüsen erneuert habe, fliegt das Motorrad so an. Wir sollten starten mit dem Leerlauf und geht, nachdem ich das Gas wegnehme, sofort wieder auf den Leerlauf geht rein. Wir sollten die B jasen nicht mehr sein. So, ich frage mich. Ins��, dass ich das Gas wegnehme, сосuchi. Wir sollten schauen mal, dass sie nicht richtig hochhalten. 胡 Das Motorrad läuft besser als an der ersten Freude. Besser geht's nicht. Besser geht's. Besser geht's. Besser geht's.